Drei Fragen von Krebspatienten zu Corona Die Corona-Pandemie ist derzeit das Nummer-eins-Thema in allen Medien und belastet auch das Gesundheitssystem stark. Viele Menschen mit einer Krebserkrankung sind derzeit besorgt, dass ihre Behandlung nicht optimal weitergeführt werden kann. Zu den drei häufigsten Fragen zählen Erstens, wird meine Krebstherapie weitergeführt? Ob eine Therapie abgebrochen oder weitergeführt wird, muss individuell für jeden Patienten abgewägt werden. Je nach Allgemeinzustand sowie Nutzen und Risiken für die Patienten. Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie empfiehlt jedoch nicht grundsätzlich, eine geplante Krebstherapie zu verschieben. Zweitens, wie hoch ist mein Ansteckungsrisiko? Grundsätzlich werden Krebspatienten als Risikogruppe eingestuft. Wie hoch das Ansteckungsrisiko genau ist, hängt von ihrem gesundheitlichen Zustand ab. Besonders gefährdet sind laut Deutscher Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie Krebspatienten mit einem geschwächten Immunsystem, durch Erkrankung an einer Leukämie oder einem Lymphom, wenig weiße Blutkörperchen im Blut, wenig Antikörper im Blut, langfristige Einnahme von Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken, wie zum Beispiel Cortison, Transplantation körperfremder Stammzellen oder andere zelluläre Therapien. Mit einer gut beherrschten Erkrankung haben Sie kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Drittens, wo bekomme ich Informationen und Hilfe? Die Deutsche Krebshilfe, das Deutsche Krebsforschungszentrum und die Deutsche Krebsgesellschaft haben sich zusammengetan, um Patienten zu beraten und Sie über den aktuellen Stand zu informieren. Bei Fragen melden Sie sich beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums 0800 420 30 40 Krebsinformationsdienst at dkfz.de Infonetz Krebs der Deutschen Krebshilfe 0800 80 70 88 77 Krebshilfe at infonetz-krebs.de Umfassende Informationen rund um das Coronavirus finden Sie auf corona.share-to-care.de Wir wünschen Ihnen alles Gute! Wir wünschen Ihnen alles Gute!